Bevor es hier so richtig losgeht, möchte ich euch ein wirklich außergewöhnliches und wertvolles Event ans Herz legen, zu dem ich selbst gehen werde und mit dem ihr euch privat wie beruflich super weiterentwickeln könnt. Und zwar findet vom 5. bis 6. Mai 2018 in Bad Kissing das Next Level Event voll und mit Katharina Pommer statt. Das Event hat eine echt spannende Agenda mit inspirierenden Keynotes, wie ich finde, sowie Übungen, Impulsen und hier werden vor allem die Werkzeuge und Methoden an die Hand gegeben, die euch wirklich weiterbringen. Ihr lernt zum Beispiel, wie ihr blockierende Glaubenssätze dauerhaft auflöst, wie ihr eure Vision konkret umsetzen könnt und vieles mehr. Neben Katharina Pommer, die übrigens auch hier im Podcast schon gewesen ist, werden einige weitere der besten Trainer Europas dort mit euch arbeiten. Wie zum Beispiel Martin Limbeck oder Edgar Itt. Und ich kann euch nur empfehlen, diese Chance der Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen, genau wie ich es auch tun werde. Für alle die unter euch, die Lust darauf haben, dass wir uns dort treffen, kommt hier die Chance auf 20% Rabatt auf eines der begehrten Tickets für das Next Level Event in Bad Kissingen. Dazu gebt ihr einfach unter www.next-level-event.de slash Markenrebell das Stichwort Markenrebell ein und schon habt ihr die Chance auf diese 20% Rabatt. Alles, was ihr braucht, findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann am 5. bis 6. Mai in Bad Kissingen. Ich freue mich total, wenn wir dort aufeinandertreffen und wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, bleibt rebellisch und nun geht es weiter hier. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich Willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Solo-Folge, die erste 2018. Und ich möchte euch sagen, und das ist Ende Januar, ich möchte euch sagen, warum das Ganze so lange gedauert hat. Denn ich habe so eine kleine Odyssee hinter mir und genau diese Story möchte ich euch heute erzählen. Die will ich heute mit euch teilen. Vor allem möchte ich mit euch meine Erkenntnisse aus dieser Geschichte, aus meinem persönlichen Jahreswechsel mitteilen. Und das möchte ich einfach hier und jetzt tun. Also viel Spaß dabei und ich bin gespannt, wie euer Jahreswechsel war. Und vielleicht können wir uns dazu einfach in unserer Messenger-Gruppe, WhatsApp-Gruppe austauschen. Wer da noch nicht drin ist, einfach auf unserer Website schauen, markenrebell.de. Im Menü unter Service findet ihr alle Informationen dazu. Doch nun lasst uns loslegen. Ich bin nämlich schon ganz heiß darauf, euch das Ganze zu erzählen, weil es waren doch sehr bewegende Wochen für mich, ganz persönlich. Und alles begann vor Weihnachten, ungefähr so zwei Wochen vor Weihnachten. Und das, was mir dort passierte, war ein spontaner Zwischenfall. Denn mir ist ein Lungenflügel zusammengefallen. Will ich ganz kurz erklären. Nennt sich Lungen-Pneumotorax. Nennt sich auch Spontan-Pneumotorax. Also tritt spontan auf. Kann durch Kraftsport passieren. Also wenn du viele Gewichte zum Beispiel auf dem Brustkorb abfederst, dass durch die Komprimierung die Lunge zusammenfallen kann. Das kann durch Luftveränderung, Luftdruck passieren. Passiert in der Regel sehr häufig Männern. Und mir ist das Ganze vor 20 Jahren schon mal passiert. Das heißt, ich wusste so ungefähr, was auf mich zukam. Ich habe das irgendwie so ganz gechillt gemacht. Ich habe das irgendwie festgestellt, habe das so für mich ein bisschen beobachtet und wollte eigentlich so in die Weihnachtsferien schon so abdriften. Und habe dann gesagt, okay, ich nehme jetzt schon mal den gepackten Koffer mit und fahre beim Krankenhaus vorbei und lasse mich mal durchchecken. Und bin dann in die Notaufnahme und habe gesagt, hey, ich hatte schon mal sowas. Es fühlt sich so ähnlich an, aber ich weiß es nicht genau. Ich würde gerne mal ein Röntgenbild machen lassen, um mal zu checken, was das im Einzelnen ist. Das fühlt sich ungefähr so an, wie, also wenn ihr so ganz normal unterwegs seid, merkt man das gar nicht so großartig. Man hat jetzt keine Schmerzen oder man kriegt jetzt nicht rapide, gar keine Luft oder zu wenig. Sondern du merkst es eigentlich nur, wenn du so eine körperliche Anstrengung hast oder wenn du dich so vorn überbeugst, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ein wichtiges Indiz für mich war, ihr müsst euch vorstellen, die Lunge hängt in eurem Brustkorb irgendwie in einem Vakuum. Ich bin, wie gesagt, kein Arzt. Also gerne Kommentare, wo auch immer, wenn ihr das besser wisst. Das heißt, wenn ihr so auf der Stelle wippt mit euren Füßen oder hoch springt, dann merkt ihr nicht, dass ihr irgendetwas in eurem Brustkorb habt. Und wenn ihr quasi hoch und runter springt, dann habt ihr so das Gefühl, als hättet ihr einen Tennisball in der Brust. Also irgendwas wie, als würde da was locker sein oder irgendwie so. Okay, keine Details. Ich bin also ins Krankenhaus, habe mir ein Röntgenbild machen lassen und die Ärzte haben irgendwie dann so einen leicht panischen Gesichtsausdruck gehabt und haben gesagt, am besten sie bleiben einfach hier auf Intensivstation und wir lösen das Problem. Und Problem lösen heißt, man bekommt quasi einen Schlauch in die Brust, der dann durch einen Unterdruck die Luft wieder raussaugt und sodass sich die Lunge wieder entfalten kann. Und ein Lungenpneumothorax, wie gesagt, ich bin kein Fachmann, aber da hast du Lungenbläschen auf der Lunge und wenn die platzen, dann kann zwischen Lunge und Lungenfell oder dazwischen irgendwie Luft eindringen und dann kann im Grunde kollabiert die Lunge. Schlecht ist, wenn das mit beiden Lungenflügeln passiert, weil dann hast du wenig Reserven, da noch nach Luft zu schnappen. Ist bei mir auch zum zweiten Mal jetzt wieder passiert. Wie gesagt, vor 20 oder 18 Jahren hatte ich das Ganze schon mal. Ich wusste also, was auf mich zukommt und konnte dann auch mit der Situation völlig entspannt, also entspannen in Anführungsstrichen, aber überhaupt nicht panisch umgehen. Mein Umfeld, meine Lebenspartnerin und meine Familie haben natürlich entsprechend reagiert, weil das zum zweiten Mal natürlich auch nicht wirklich so großartig ist. Das heißt, ich kam dann vor Weihnachten wieder raus, also dieser Schlauch sorgt dann, also diese Drainage schafft dann quasi, dass die Lunge wieder sich entfaltet und dann wird irgendwann gezogen und alles gut. Und dann bin ich quasi noch vor Weihnachten entlassen worden und konnte Weihnachten so mit meiner Familie verbringen und habe dann auch nach Weihnachten meinen Sohn sehen können. Und nach Weihnachten passierte das Ganze, also nach Weihnachten bin ich erstmal in Urlaub gefahren, weil ich musste mich irgendwie erholen von dieser ganzen Krankenhaustortur. Du kannst halt nichts Schweres heben, also bist schon auch körperlich eingeschränkt und bist halt auch körperlich echt unfit. Also hier Marathon laufen oder irgendwelche größeren sportlichen Aktivitäten kannst du völlig vergessen, das passiert gar nichts. Und ich fahre also in Urlaub und komme so nach Silvester wieder, am 1. oder 2. bin ich wiedergekommen und dann passiert das Ganze zum dritten Mal. Also eine ganz krasse Nummer. Morgens, ich gehe so vors Haus, will frische Luft schnappen und so weiter und auf einmal merke ich, dass ich so einen rapiden Performance abfall, also irgendwie so körperlich, so eine Abgeschlagenheit und auf einmal auch so eine gewisse Luftnot und so ein Schwindel. Also kreislaufmäßig ging es dann so ein bisschen bergab und ich habe mich da nur hingesetzt und meine Lebenspartnerin hat ganz schnell die Rettung gerufen. Die haben mich dann auch abgeholt und haben mich ins Krankenhaus, diesmal ein anderes Krankenhaus gebracht, wo dann festgestellt wurde, dass im Grunde das Ganze zum dritten Mal passiert ist und das dann eben nicht mehr mit einer Drainage gelöst wird, also nicht mehr nur, sondern das Ganze dann endoskopisch auch operiert werden muss. Warum erzähle ich euch das alles? Also zum einen, wer da Lust drauf hat oder informiert sein möchte, kann mir gerne eine Mail schreiben, dann kann ich noch ein bisschen mehr zum Thema Lungenpneumotorax erzählen. Also das ist vielleicht für den einen oder anderen ein Thema. Aber ich möchte euch eigentlich zu der Geschichte führen, die mir dann passiert ist, denn ich musste, ich glaube, 10 oder 14 Tage im Krankenhaus bleiben nach der Operation. Da bist du unter Beobachtung, da wird gecheckt, inwieweit hat das Ganze funktioniert und das versucht das Risiko zu minimieren. Und was ich sehr beeindruckend fand, es war ja schon so ein Thema, wo du einfach so auch deinem Körper wieder lernen musst zu vertrauen und zu sagen, hält die Lunge jetzt diesmal oder fährst du das nächste Mal in den Urlaub und passiert dir das irgendwie im Flieger beim Druckausgleich oder in der Druckkabine im Flugzeug oder irgendwie so. Also hast du schon auch so deine Themen oder auch die körperliche Belastungsfähigkeit. Wann kannst du wieder richtig agieren? Ich habe einen kleinen Sohn, wie schaffe ich das, den aus dem Auto zu heben und so weiter. Also es sind lauter so Dinge, die einen beschäftigen, wenn der Körper nicht funktioniert. Und was für mich so ein ganz krasser Moment war, in einem Krankenhaus ist auf einmal alles eingeschränkt. Also dein ganzer Aktionsradius ist eingeschränkt. Man muss sich vorstellen, ich bin da 14 Tage rumgelaufen und hatte quasi so einen Schlauch in der Brust und dann rennst du mit so einem Koffer rum, am Anfang noch in Infusionsstände auf der rechten Hand, links den Koffer und dann rennst du da durchs Krankenhaus und kannst ja nicht wirklich was machen. Dann darfst du im Patientengarten spazieren gehen, bei einem grauen Wetter. Also überhaupt nicht irgendwie großartig. Und irgendwann, so nach ein paar Tagen wirklich ein Lagerkoller, also wo es mich einfach genervt hat, rumzuliegen und nichts zu tun und angewiesen zu sein auf andere, wurde mir klar, dass das Ganze irgendwie für mich auch so ein Learning hatte. Also es waren einfach ganz viele Botschaften und ich habe sie irgendwie nicht erkannt, weil ich die ganze Zeit mit mir selbst zu tun hatte und beschäftigt war, mir zu erklären, warum jetzt dieser Lungenpneumothorax wieder passiert ist und warum ich in diesem Krankenhaus sein muss und war so total angenervt auch. Und irgendwann kam dann so der Switch und ich habe mir überlegt, oh krass, dir begegnen eigentlich in diesem reduzierten Aktionsradius ganz viele Botschafter des Lebens. Also ob das Patienten sind oder Pfleger waren. Es gab zum Beispiel eine ganz interessante Gruppe von Menschen und zwar waren das die Fahrer. Die fuhren also die Patienten mit Rollstühlen von A nach B, also im ganzen Haus rum oder auch in ein anderes Haus innerhalb dieser Klinik und die sahen quasi aus wie so ein paar Rocker, wie so die Hells Angels, nur eben ohne Harley. Also tätowiert bis zum Hals und alle, also es war nicht so, dass da irgendwie einer aus der Reihe fiel, sondern alle waren so tätowiert und aufgefallen ist mir das, weil irgendeiner, irgendein Arzt oder, weiß ich nicht, Pfleger im Fahrstuhl fragte, sag mal, warum seiten ja alle tätowiert als Fahrer. Und irgendwie war es irgendwie total witzig. Und neben mir im Krankenhaus, im Zimmer, lag ein alter Mann und dieser alter Mann war einfach nicht mehr wirklich bei Bewusstsein. Also es war wirklich eine, also sehr tragisch, er schrie die ganze Zeit und er ist absolut hilflos, ist dann auch aus dem Bett gefallen und dann habe ich versucht, den hochzuhieven, der hatte aber nur noch ein Bein, also ich konnte ihn gar nicht halten, ich durfte ja eh nichts tragen. Hab dann, irgendwie kamen dann noch drei Schwestern, die dann den Mann wieder ins Bett gehoben haben. Also es waren alles so um mich herum so Botschafter, die so für mich irgendwie so eine Message hatten, so nach dem Motto, zum Beispiel, genieß das Leben, was du hast. Also versuch einfach im Hier und Jetzt zu sein, versuch dankbar zu sein für jeden Tag, an dem du aufwachen darfst, an dem du atmen darfst, an dem du deine Kinder sehen kannst, in der du, also Zeit, in der du einfach mit deinen Lebenspartnern den oder das Leben führen kannst, was du dir wünschst, was du dir vorstellst, mit dem, was du selbst auch mitbringen kannst. Also auch dieses Geben, einfach dieses für andere Menschen Dasein. Und es waren ganz viele Menschen in diesem Krankenhaus, die ich vorher gar nicht gesehen habe, weil ich die ganze Zeit mit mir beschäftigt war, mit meinem Schmerz beschäftigt war, mit, ja, mit meinem Ego, was unbedingt rauswollt aus diesem Krankenhaus, was es nicht ausgehalten hat, dass sich mein, mein Aktionsfeld so auf mein Bett und mein Zimmer oder den Gang vor dem Zimmer irgendwie konzentrierte und später dann das Krankenhaus, ja, ich habe dann, musst du ja vorstellen, ich habe jede Abteilung besucht, um einfach Abwechslung zu haben, bin da durchgelaufen, habe Musik gehört, ja, und habe versucht, Kilometer zu machen, weil ich einfach nicht mehr liegen wollte. Und, wenn man sich vorstellt, dass man selbst, das waren ja nur zehn oder vierzehn Tage, und wenn man sich dann vorstellt, dass es Menschen gibt, die ein halbes Jahr in einem Bett verbringen, ja, weil sie zum Beispiel eine schwierige Schwangerschaft haben oder weil sie zum Beispiel eine schwierige Krankheit haben oder was auch immer oder sogar Jahre im Bett bleiben, die zum Beispiel im Wachkoma liegen, ja, und man dann einfach reflektiert und sagt, wie gut hat es mir oder wie gut hat es mich eigentlich getroffen, dass ich nur zehn Tage oder vierzehn Tage hier sein muss, ja, oder wie dankbar können wir sein, dass unser Körper so funktioniert, tun wir unserem Körper was Gutes oder nutzen wir ihn einfach aus, weil er so gut funktioniert, bis es gar nicht mehr funktioniert. Also, ich habe dann irgendwann das Krankenhaus nicht mehr als Krankenhaus gesehen, sondern als Kloster gesehen und irgendwie so auch die, die Leute, die dort waren, egal ob es Angestellte waren oder ob es Patienten waren, irgendwie so als Mönche und jeder von ihnen hatte, ohne dass er mit mir direkt, also nicht jeder hat mehr mit mir gesprochen, aber jeder hatte so seine Botschaft, die er mir mitteilen wollte auf seine eigene Art, ob verbal oder nonverbal. Und ich glaube, dass wir alle nicht unbedingt in ein Krankenhaus müssen, um festzustellen, wie gut es uns eigentlich geht und dass wir so dankbar sein können und dass wir in einem Wir leben und dass wir uns füreinander entscheiden können und nicht gegeneinander entscheiden müssen, dass wir einfach das als wirkliches Geschenk sehen können. Und das war mein größtes Geschenk für 2018. Und deswegen auch nochmal sorry an dieser Stelle, dass ich keine Podcast-Folgen für euch aufnehmen konnte. Wir starten jetzt natürlich wieder voll durch, aber mir war einfach nochmal wichtig, dass ihr nochmal so meine Reflexion hört und dass ich das mit euch teilen kann, dass ihr für den Aktionsradius, in dem ihr gerade seid, also in dem Feld, was euch gegeben ist, wenn der eine krank ist und das eingeschränkt ist oder der andere auf Reisen ist und die ganze Welt sein Feld ist, dann akzeptiert einfach, dass euch dieser Aktionsradius gerade als Geschenk begegnet, euch gegeben wurde, damit ihr in diesem Radius einfach auch die lehrreichen Meister und Mönche und Senseis findet, die euch die entsprechenden Learnings geben. und ein bisschen mehr von sich persönlich wegzugehen und eher wohlwollend und wertschätzend einem Wir offen gegenüber zu stehen. Das würde ich mir für 2018 wünschen, für uns alle. In diesem Sinne bin ich raus. Ich wünsche euch was und wie immer bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao, ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook-Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen und natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App und das alles kostenlos und ohne Werbespam. Das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Show Notes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.